Manchmal ist das Verhalten der Tiere wirklich geheimnisvoll, und als dieser Tiger begann, sich jedes Mal zu neigen, wenn er dieses Mädchen sah, entdeckten sie den traurigen Grund dahinter. Grace hatte die Nacht zuvor gut geschlafen und war voller Aufregung und Energie erwacht. An diesem Tag besuchten sie den Zoo der Stadt, Graces Lieblingsort, denn sie liebte Tiere zutiefst. Sie konnte es kaum erwarten, dorthin zu kommen und das Gehege der Tiger zu besuchen. Obwohl sie nicht viel sprach, hielt sie ihren Stofftiger fest im Arm und zog an den Händen ihrer Eltern, Evelyn und William. Ihre Eltern konnten ihr Lachen nicht zurückhalten. Zu der Zeit sprach sie noch nicht viel, aber Tiger war eines ihrer Worte. Obwohl Grace noch klein war, wusste sie genau, wo das Tigergehege war. Entschlossen, ihre Lieblingstiere so schnell wie möglich zu finden, rannte sie, sobald sie ankamen, zum Tigergehege. Doch ihre Familie hatte keine Ahnung, was gleich geschehen würde. Das Tigergehege hatte eine riesige Glaswand, die die Tiere von den Besuchern trennte und ihnen gleichzeitig eine klare Sicht auf die Tiere bot, während sie vollkommen sicher waren. In dem Wissen, dass ihre Tochter nicht ins Gehege gelangen konnte, verweilten die Eltern auf einer nahegelegenen Bank und beobachteten, wie Grace entzückt mit den Tieren interagierte. Aufgeregt lief Grace von einer Seite des Geheges zur anderen und begrüßte alle Tiger. Während sie erkundete, bemerkte sie einen neuen Tiger, der am Ende des Geheges auf einem Felsen saß. Der Raum war weitläufig, sodass die Tiere sich zurückziehen konnten, wenn sie es wünschten. Der Tiger war anfangs distanziert, aber etwas änderte sich, als er das Mädchen bemerkte. Langsam nährte sich der Tiger dem vorderen Teil des Geheges und fixierte seine intensiven Augen auf Grace. Das Mädchen, das fröhlich hin und her lief, hielt plötzlich inne, als sie den Tiger so nah sah. Obwohl andere Kinder versuchten, die Aufmerksamkeit des Tieres zu erregen, schien Tai von Grace wie hypnotisiert zu sein. Sie trat näher ans Glas und blieb regungslos stehen, blickte dem Tiger direkt in die Augen. In einem Augenblick hob der Tiger seine Vorderpforten an und sprang gegen das Glas, erschreckte alle um ihn herum. Die Kinder zuckten zurück und selbst die Eltern sprangen zurück, obwohl sie wussten, dass das Glas sicher war. Doch Grace ließ sich nicht einschüchtern. Anstatt zurückzuweichen, trat sie vor und legte ihre Hände dorthin, wo die Pfoten des Tigers waren. Als Reaktion auf die tapfere Geste des Mädchens senkte der Tiger den Kopf und neigte sich zu ihr und schuf einen magischen und unvergesslichen Moment. Für Evelyn und William schien es, als ob die Zeit stehen geblieben wäre, und eine respektvolle Stille umgab alle Anwesenden. Grace lief wieder los und der Tiger begleitete sie entlang der Glaswand. Auf den ersten Blick schien die Szene beunruhigend zu sein, ein Tiger, der einem Mädchen folgte. Evelyn spürte einen Schauer der Besorgnis, aber bei genauerem Hinsehen bemerkte sie etwas Erstaunliches. Statt Aggressivität sah sie Traurigkeit in den Augen des Tigers. Es schien, als ob das Hin- und Herrennen eine Art war, diese Traurigkeit zu lindern. Die Verbindung zwischen dem Tiger und dem Mädchen war tief. Evelyn und William versuchten diskret, die Aufmerksamkeit ihrer Tochter auf andere Tiere zu lenken, besorgt über die Möglichkeit, dass andere Familien gestört sein könnten. Dennoch verstanden die Eltern, dass Grace bereits genug von ihrem besonderen Moment mit dem Tiger genossen hatte, und beschlossen, sich zurückzuziehen. Graces Vertrautheit mit Tieren war seit langem bekannt. Seit sie klein war, zeigte sie eine besondere Affinität zu ihnen, eine Fähigkeit, die ihre Eltern immer wieder überraschte und begeisterte, sogar bei Besuchen bei Verwandten und Freunden, die Haustiere hatten. Obwohl viele sagten, dass ihre Tiere nicht gut mit Kindern auskamen, bewies Grace oft das Gegenteil und so Katzen und Hunde an, die neben ihr schliefen. Für Grace schien diese Verbindung immer natürlich zu sein. Obwohl ihr auch alle anderen Tiere gefielen, bat Grace immer wieder darum, zu den Tigern zurückzukehren. Als sie zum Tigergehege zurückkehrten, war der Tiger wieder auf seinem Felsen positioniert, erschien besiegt und niedergeschlagen. Wie ein so majestätisches Tier solch einen Ausdruck der Niederlage zeigen konnte, war ein Rätsel. Doch als Grace den Namen des Tigers rief, änderte sich die Atmosphäre vollständig. »Tai, Tai, komm Tai«, rief Grace aus. Sie hatte noch nicht einmal die Namen ihrer Großeltern ausgesprochen, aber überraschenderweise hatte sie den Namen des Tigers bereits in ihrem Gedächtnis verankert. Als er seinen Namen hörte, nährte sich Tai bedrohlich, blieb jedoch abrupt vor der Glasscheibe stehen. Mit einem ruhigen und respektvollen Blick setzte er seine großen Pfoten auf das Glas und senkte den Kopf vor Grace, wiederholte eine Geste der Ehrerbietung, die er zuvor gemacht hatte. Das ungewöhnliche Verhalten von Tai machte die Familie neugierig. Ein Mitarbeiter kehrte plötzlich in den Bereich zurück. Er wollte erklären, warum er glaubte, dass der Tiger sich so seltsam verhielt. Es war Zeit, das traurige Motiv hinter diesem Verhalten zu entdecken. Tai wurde von einem Mann gerettet, der ihn unter schrecklichen Bedingungen hielt, zunächst in einem kleinen Gehege und später an der Rückseite seines Grundstücks angekettet. Es war ein grausamer Akt, ihm die Krallen zu entfernen, was nicht nur physischen Schmerz verursachte, sondern auch tiefe psychische Schäden verursachte, die das Verhalten von Tai beeinflussten. Mit zunehmendem Wachstum des Tigers wurde sein Verhalten unberechenbar und bedrohlich. Der Besitzer, zunehmend ängstlich, reduzierte seine Fütterung in einer Umgebung von Vernachlässigung und Grausamkeit. Dennoch fand die Tochter des Angestellten, obwohl sie kaum besser behandelt wurde als die Tiere, heimliche Wege, um sich um Tai zu kümmern. Sie gab ihm sauberes Wasser, etwas Futter und Trost, streichelte seinen Kopf liebevoll. Diese Geste des Mitgefühls war wahrscheinlich das, was Tai auszudrücken versuchte, als er mit Grace interagierte. Tai schien in Grace etwas zu finden, das ihn an seine alte Freundin erinnerte. Trotz des Altersunterschieds teilten beide eine echte Güte und den aufrichtigen Wunsch, dem Tiger wieder Glück zu bringen. In einer großzügigen Geste gewährte das Zoopersonal der Familie einen speziellen Pass, der es ihnen erlaubte, früher einzutreten, bevor der offizielle Betrieb begann, damit Tai und Grace nach Belieben interagieren konnten. Der bemerkenswerteste Fortschritt war die Veränderung bei Tai. Er überwand seine Traurigkeit und begann, mit anderen Tieren zu sozialieren, was deutliche Zeichen der Genesung zeigte. Im Laufe der Jahre folgte Grace weiterhin ihrer Liebe zu Tieren, inspiriert von den Erlebnissen im Zoo und der besonderen Bindung zu Tai. Sie entschied sich für eine Karriere im Tierschutz. In der Zwischenzeit gedieht Tai unter der liebevollen Pflege des Zoopersonals und der fortwährenden Verbindung zu Grace. Ihre Geschichte von Überwindung und Liebe zeigte der Welt die transformative Kraft von Mitgefühl und der Verbindung zwischen den Arten. Was denkst du über diese Geschichte? Lass ein Like da und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Video.